Hallo, ich bin der Meini und ich möchte dich ganz herzlich einladen am 22. September in Bad Hersfeld zu unserer Veranstaltung. Das wird diesmal stattfinden in der Antoniengasse 2 in Bad Hersfeld. Wir feiern Jesus Christus und seinen Herrn. Weil Jesus verheißen hat, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihm. Egal auf welche Nationalität du kommst, egal aus welcher Religion du kommst, das spielt bei uns keine Rolle. Weißt du warum? In Johannes Evangelium Kapitel 6 Vers 37 steht geschrieben, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und das ist die Gesinnung, die wir alle haben sollten. Und das wollen wir auch tun. Wir wollen Gemeinschaft haben mit dem lebendigen Gott und auch Gemeinschaft haben mit dir. Mit dir ganz persönlich, der du jetzt hier zuhörst. Egal wie mühselig und beladen du bist, du kannst bei uns Gemeinschaft haben. Wir würden uns darüber freuen. Jesus Christus ist am Kreuz von Golgatha gestorben, um dir neues Leben zu geben. Und wenn du den Herrn noch nicht angenommen hast, dann komm und erlebe ihn, indem du Zeugnisse hörst, indem du die Predigt hörst, indem du Lobgesang hörst. Wir feiern ab Samstag 10 Uhr bis Sonntagnachmittag. Ich freue mich, wenn ihr dabei sein könnt und wünsche euch bis dahin Gottes Segen. Jesus Christus ist am Kreuz von Golgatha gestorben, um dir worse reden. Vielen Dank.